Ich bin in der Mitte. 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 Los. Wir landen. Los, mal heilig! Das war so ein Geigenknoten, oder? Mal sehen, ob das Köpfchen abreißt oder ob er Baume ist. Meine Damen und Herren, darf ich präsentieren den Glöckner von Sonnenberg. Der Glöckner und der Buckel, beschlack auf! Der Glöckner und der Buckel, beschlack auf!